Hallo liebe Zuschauer, das passt heute. Hier ist die Sarah, das Produkt. Hier bin ich. Irgendwas hat jemanden interessiert. So, was hast du für uns? Der Produkt heute passt zu meinem Pulli, die Farbe blau zu deinem nicht. Passt zu meiner nicht. So, bitte schön. Hand weg. Und zwar Bounty Kekse, Cookies. Bounty Cookies. Bounty Cookies, das ist sehr interessant. Soft Baked Cookies. Aber, also, ganz ehrlich, wenn ich so Farbe sehe, dann erinnere mich an blauer Himmel. Aber hinter mir so eine... Ich erinnere mich dann an Urlaub, weil da ist eine Palme. Ja, genau. Das ist so Sommer Sachen, Kokos und alles mögliche. Mach's auf! Verrieben und alles mögliche. Und dann auf einmal hier schneit. Es schneit wirklich. Also, es hat raus müssen. Okay. Scheiße. Oh, das ist voll Cookies. Voll Cookies. 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 Duftet so toll. Oh, Manno. Komm, komm, komm. Riech mal. Das ist so toll. Meine Frau riecht auch. Riech, riech, riech. Wow. Komm, hau mal rein und sag uns, deine Meinung ist sehr wichtig. Komm. Äh, ist ganz weich. Ach, das ist ganz weich. Das ist sehr weich. Ich probiere, ich probiere. Ich wollte knusprigen Kokos-Kekse abreißen. Ah, die, das schmeckt mir nicht. Ich is gerne Kokos-Sauce. Ah! Aber... Aber... Na, egal. Ich esse sehr gerne Kokos-Sauce, aber... Das ist... Matschisch irgendwie so. Haben die abgelaufen? Nö, ne. Hast du so? Guckt? Nein. Der ist nicht abgelaufen. Der ist so. Doch. 22.06. Ach? 22.06. ist der 8. 24. Ach komm, verarsch uns nicht. Das ist ja Kokos-Stücke. Also... Zum Frühstücken werde ich gerne essen, aber zwischendurch nein. Ob ich das noch mal kaufen will, auch auf jeden Fall nein. Ob tolle Idee ist, auch wirklich nicht. Aber es sieht auch so wie der Packung aussieht. Fürs Geschmack und für die Idee tatsächlich eine 2 von 10 und das ist schon mal sehr viel. 2 von 10? Wenn überhaupt. Weil es schmeckt gar nicht tatsächlich. Obwohl ich sehr gerne Kokos. Ich will ja nicht so böse sein, aber auch nicht so nett. Deswegen gebe ich eine 1 von 10. Also das ist schon zu viel. Also 0,5 von 10. Also es schmeckt gar nicht tatsächlich. Lass die Finger weg davon. Danke, dass ihr das Video zugebracht habt. Aber es könnte auch sein, weil ich mag kein Bounty. Also ich esse gerne Bounty. Bounty Produkte. Aber besser. Ciao. Und wieder auf. 3. 2, 2,